Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supra von PS4M4.de und ich habe heute Post bekommen von Capcom und zwar dieses echt schwere große Paket für euch und ich bin gespannt was drin ist und ich trage jetzt einen Bart, weil Matthias trägt auch einen Bart. Lieben Gruß an dich und wir sind jetzt Hipster-Kumpels und ja, ich werde das jetzt mal auspacken und es ist ganz schön schwer und so. So, dann wollen wir mal gucken, was in diesem schönen Paket für euch drin ist. Ach ja, erstmal die ganzen Mac-Media-Tüten weg, ich mache hier, ich kaufe zu viel bei Mac-Media ein, also definitiv, das ist hier schon chaotisch auf diesem Tisch, aber egal. So, dann wollen wir mal das schöne Ding jetzt hier auspacken und dann gucken wir mal, was drin ist für euch, weil das ist ja auch dann alles für euch und nicht für uns, sondern für euch. Für euch und nicht uns. Uns, euch, euch, ich, uns, uns, ich, euch. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt alle, pack aus, halt die Klappe. Haha, mach ich absichtlich. So, dann gucken wir mal rein und... Da, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, Capcom, mal läuft bei euch, ne? Uuuuh. Wir haben einmal das brandneue Spiel Street Fighter V, da waren wir auf dem Launch-Event-Video, seht ihr jetzt gerade hier oben, könnt ihr euch ja mal angucken. Da gab es ein paar Probleme mit dem Sound, aber es sind ziemlich coole Interviews mit Nico, von der Backspin dabei, David Hine, der mal ein bisschen Valium nehmen sollte, ich aber auch. Und noch jemanden von Playstation Inside, fällt gerade der Name nicht ein. So, dann haben wir hier, wie gesagt, das Spiel, das werden wir auch verlosen. Dann haben wir hier, was ist das denn schönes? Auf jeden Fall haben wir das mehrmals. Also es steht Street Fighter V drauf. Es ist, oh mein Gott, ich sag wieder, oh mein Gott, die Street Fighter V Charaktere. Birdie, der ist cool, der schmeißt Bananen auf den Boden. Zhongli, die kennt man ja alle. Dyslim kennt man auch, kenn ich nicht, Feng. Karin, Ken, ohne Barbie, das war jetzt ein Flachwitz, ich weiß. Laura, oh, Vision, mein bester. Nash, Nikali, ich habe gerade Ranjit gelesen, aber er heißt ja Rasheed, aber ist der nicht jetzt Ranjit. Dickarsch, ich meine eher Mika, Vega, sehr geile Sau und natürlich mein Papa Zengi, sehr gut. So, diese ganzen schönen Karten sind da drin, es sind ganz schön viele Karten, das ist ziemlich genial. Und das haben wir eins, zwei, drei, vier, fünfmal für euch. Das ist ja ziemlich genial, das geht alles an euch raus, könnt ihr dann bei uns gewinnen. Dann haben wir Steelbooks, ich liebe Steelbooks. Steelbooks von Street Fighter V, natürlich ohne Spiel, aber sehr schön gemacht. Sehr genial, die waren damals auch im Goodie-Bag drin, die ja schon einige von euch gewonnen haben. Das haben wir eins, zwei, drei, vier, fünfmal. Sehr nice auf jeden Fall, sehr, sehr nice. Und dann haben wir hier das legendäre, geniale Goodie-Pack. Das hat keiner von euch gesehen. Das hat keiner gesehen. So, das ist das legendäre Goodie-Bag, was wir damals auch in Hamburg bekommen haben. Das heißt damals, das ist gerade mal zwei Wochen her, nur nicht so, als wäre das irgendwie 50.000 Jahre her. Ja, in diesem Goodie-Bag war drin, also dieser schöne Beutel, da könnt ihr immer schön bei Aldi einkaufen gehen und immer schön Hanukit machen. Immer Hanukit machen, ne? Und hier keine Model Comet verarschen mehr, ne? Musste ich mir schon anhören im letzten Video. Da haben wir auf jeden Fall einmal dieses echt coole Käppi. Ja, wirklich schick. Finde ich, ich finde das Käppi cool. Ich habe es getragen, ich habe es getragen, aber es lag daran, dass ich alles trage. Eine Steelbook, einen coolen Aufkleber und ein Energy-Getrink. Und dieses lasse ich jetzt wirklich zu. Auch lieben Gruß an dich, Max, mein Kameramann, der bei dem Event mir richtig gut geholfen hatte. Max, ich lasse das jetzt zu. Schön Energy-Getrink, da könnt ihr euch schön dopen. So, ihr seht schon, das ist echt einiges, was uns Capcom geschickt hat. Lieben Gruß auch nochmal an Paul. Ziemlich geniale Sache. Das werden, wie gesagt, alles an die Community verlosen. Wir werden auch das Spiel am Schluss an die Community verlosen, wenn wir das Spiel halt getestet haben und alles. Die Review kommt ja in Kürze. Diese ganzen schönen Sachen. Ja, ihr fragt euch natürlich, wie kann ich das jetzt gewinnen? Und die Street Fighter-Fans unter euch natürlich auch. Ganz einfach. Behaltet einfach PS4-Info bei Facebook, Twitter, YouTube im Auge. In wenigen Tagen geht es schon los. Wir haben hier, wie gesagt, auch ein richtig schönes Interview-Video gemacht. Auf dem Launch-Event alles. Guckt euch das mal an. Mein Name ist Supra, besucht PS4-Info.de und ja, Hanukit. Bis dann, tschüss.